Boom! Champion des Weltangewichts ist Adrian Zeitner. Das Schwert des Sachsenlandes, Marcel Quietsch. Marcel Quietsch, diesmal gehst du unter. Komm und hol ihn dir! Das war, das war, stopp, stopp, stopp. Das dürfte gewinnen sein. Leute, da kommt der abartige Schlachter auf euch zu. Freut euch drauf, ich tu's! Danke!